Falls ihr noch nicht Teil 1 geschaut habt, dann drückt jetzt oben bereits auf die Infokarte, denn da ist Teil 1. Also bevor ihr dieses Video schaut, gönnt euch erst Teil 1. Viel Spaß beim Video und ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute zocken wir mal wieder Gangbeats mit meinem kleinen Cousin. Und zwar gibt es jetzt die Revanche. Ich spiele mit... Leute, ihr kennt ihn. Schaut ihn euch ganz genau an. Hör mal kurz auf. Hör mal kurz auf. Schaut ihn euch an. Ich bin Donald Trump. Donald Trump, what's up? Und mein kleiner Cousin ist... What the fuck? Was ist das denn? Er ist Superman, Leute. Gönne euch mal, wie er fliegen kann. Ich bin natürlich John Trump. Ich kann keine Backflips und andere Sachen, was er machen kann. Also, das ist auch ganz normal, was er nicht machen. Oh! Ja! Lebst du noch? Ich seh nicht. Ja! Ich seh nicht! Ah! Ja! Mann, das hat einfach gelebt. Ich bin runtergefallen. Ich geh jetzt happier von Marshmallow. Oh, Leute, er hat happier von Marshmallow. Ich packe heute... Also, ich packe in diesen Gangbeats-Videos keine Musik rein, weil ein Gangbeats-Musik dabei ist. Deswegen brauchen wir keine. Er gibt mir ein Tür... Er gibt mir Knockout. Er gibt mir Knockout. Ich gebe jetzt den Tür... Wow, 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 wow. Ey, geh doch rüber. Halt dich fest. Halt dich fest, Mann. Donald Trump, Junge, du kannst gar nichts. Donald Trump ist voll der Noob in diesem Game. Mann. Aber auf jeden Fall führt mein kleiner Cousin, Leute. Er führt 2 zu 0. Oh mein Gott. Was ist denn auf einmal mit mir los? Warum verkacke ich denn auf einmal so? Liegt alles an Donald Trump. Das ist die Rache. Ich hab... Lass los. Ich kann mich nicht wehren. Wenn du mich so packst. Netz. Fall da rein. Da bekommst du eine Trophäe. Fall. Fall. Ich hab die Trophäe schon. Nein, 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 nein. Was machst du? Was ist los? Oh mein Gott, Leute. Was macht der Typ? Ja. Ich hab die Trophäe schon. Jetzt, okay. Leute, hab ich's gerade gesehen? Er hat mich einfach schon wieder eiskalt abgezogen. Er hat mich... Oh. Lass da. Oh, ich liebe diese Map. Das war's doch verloren. Ich hab den Trinkmann gewinnt. Den du nicht benutzen kannst. Er ist tot. Nee, ich halt nicht fest. Weißt was? Das reicht mir. Hä? Oh. Let's go. Er ist tot, Leute. Ah. Er hat dich nicht fest. Guck mal, ich bin. Nein. Bitte. Bitte. Bitte, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Er hat einfach losgelassen. Er hat einfach losgelassen. Loppen. Ja, Mann. Leute, wir spielen wieder bis 8. Ich liebe diese Map. Das ist meine Lieblingsmap. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Das ist seine Lieblingsmap. Wir spielen bis 8 und es steht jetzt... Keine Ahnung was. Schauen wir nochmal gleich. Ich bin bloß viermal. Wenn du noch achtmal. Juh. Du weißt schon, ich muss dich einfach nur Knockout schlagen. Du fällst runter. Oh mein Gott. Mein erster Win. Mein erster Win mit Donald Trump. Mein erster Win mit Donald Trump, Leute. Oh, er muss noch vier Wins machen. Ich noch sieben. Ich hab's extra gemacht. Ne, ich hab's extra gemacht. Ich hatte keine Chance. Er hat's extra gemacht, weil die Map einfach scheiße ist. Was noch? Ich bin so einer, der nicht aufgibt. Der wird ein... Ich... Wow. What the fuck? Oh mein Gott. Leute, seht ihr mich an. Seht mich an. Ich bin Donald Trump. Ich bin der Meister. Ey, du hast mich aus England rausgeschmissen. Das darf man nicht. Aus England. Leute. Er hat gesagt, er hat gesagt, aus England. Donald Trump ist in Amerika Präsident. Aber er ist scheiße. Egal. Also jeder hat ja eine eigene Meinung. Und ich kann ihn nicht leiden. Also können eigentlich auch nicht. Komm, wir springen jetzt da runter. Ich schlag dich jetzt da rein. Komm mit. Komm mit. Los. Das war ein Fehler. Ich rette mich. Ich geh jetzt hier runter. Tschüss. Hast du mich gerade knockout geschlagen? Hast du mich gerade knockout geschlagen? Ich hab fast... Ja. Ja. Nach drei Wins und du... Oh, nee. Leute. Ich hab grad nicht ernst gemacht. Das reicht. Ich muss ernst machen. Und das... Er ist echt alone. Ui. Dein Briefsmap. Schnell. Los, 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 los. Ich mach den hier, Digga. Guck mich an, wie ich dance. Guck mich an, wie ich groove. Er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Ich sprinn. Ich bin nicht runtergefallen, so Idiot. Er geht nicht hoch. Ich hab's geschafft. Ich bin oben. Das war's. Ich halte. Du hast verkackt, Nummer so. Ah, 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 ah. Wow. Nein, 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 nein. Guck mal, wo ich bin. Ich bin an dem... Ah, halt dich nur fest. Oh mein Gott. Halt dich fest. Oh mein Gott. Du bist so dumm. Halt dich. Er läuft nicht hin. Wo bin ich? Ich schick nichts. Lauf hinterher. Lauf! Oh mein Gott. Hör wobei ich? Ach, da an der Ecke. Oh, easy. Sechs. Nach zwei Hülens brauche ich noch sechs. Oh mein Gott, Leute, ihr holt mich ein. Was bin ich denn für ein Noob auf einmal? Was passiert hier denn? Eben habe ich noch eins gewonnen. Aber jetzt... Ach, spring mal in die Mitte. Ich will wissen, was passiert, wenn du in die Mitte springst. Und bleib auch in deinem Mitte. Also bleib... Nein, 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 nein. Ah! Ah, ich lebe noch. Ich kann da auch pissen gehen. Ich muss nichts mehr machen. Ich werde aber nie sterben, nur dass du es weißt. Ah! Hey, wo bist du? Ich bin da hinten bei der... Hält dich nicht fest. Hey, bin ich tot? Hey, wo bist du? Ah! Lol! Ich hänge an dem Teil, ne? Jetzt bin ich tot. Er konnte sich nicht mehr halten und hat losgelassen. Donald Trump ist ein Verlierer. Leute, er braucht noch einen Punkt. Noch einen Winner hat er gewonnen. Oh, und wir sind auf dem Luftschiff. Gib einfach auf, komm. Okay. Lass das... Lass das Letzte in einer geilen City machen. Du willst wirklich fighten mit mir? Hm. Donald Trump hat einen fetten Kopf. Das ist eine Wassermelone. Ah! Nein! Nein! Ich schlag dich, aber falle selber runter. Superman! Ihr habt's gesehen, Leute. Mein kleiner Cousin hat mich abgezogen in der Revanche. Das heißt, es wird noch ein Finale geben. Aber das Finale seht ihr dann in der nächsten Folge. Erik, willst du noch was sagen? Nee. Also, ich will nur was sagen. Du bist ein Lappen und abonniert den Lappen, bitte. Ja, Leute. Wie gesagt, abonniert mich einfach. Also, es war mit der Folge. Haut rein. Und... Ciao! Ciao!